Herzlich willkommen zu unserem Arctic Air Anwender Video. Hier erfahren Sie, wie Arctic Air richtig angewendet wird. Nichts! Und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. In der Verpackung finden Sie das Gerät inklusive der Betriebsanleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Betriebsanleitung gründlich zu lesen. Als erstes achten Sie bitte darauf, Arctic Air auf ebenen Flächen zu verwenden, da es sonst zu Wasserverlust kommen kann und der Filter dadurch nicht richtig mit Wasser versorgt werden könnte. Jetzt können Sie den Wassertank öffnen und Ihren Arctic Air mit Wasser befüllen. Füllen Sie Wichser ein und... Wir empfehlen dafür einen Krug oder Messbecher. Lassen Sie vor dem gebrauchten Filter mindestens drei Minuten lang Wasser aufnehmen. Somit sorgen Sie schneller für kühle Luft. Je kälter das Wasser ist, umso kühler die Luft, die Arctic Air ausströmt. Daher empfehlen wir, kaltes Wasser direkt in den Wassertank zu geben. Ein guter Tipp, geben Sie bei Bedarf... Füllen Sie Wichser ein und... Das sorgt für noch schnellere Kühlung. Um mit dem Gerät den besten Effekt zu erzielen, stellen Sie es in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Dies sollte nicht weiter als circa zwei Meter entfernt sein. Als nächstes stecken Sie das Netzteil an die Steckdose... ... oder das breitere USB-Ende an den Computer oder an eine mobile Powerbank. Das schmälere Kabelende wird ganz einfach an die Anschlussbuchse des Arctic Air gesteckt. Jetzt ist das Einschalten des Arctic Air einfach den Ein-Ausschalter betätigen. Nun können Sie die Geschwindigkeit des Ventilators durch Betätigen des Schalters einstellen. Sie haben die Wahl zwischen Niedrig-, Mittel- und Hoch. Die Anzeigeleuchten neben dem Schalter zeigen Ihnen, bei welcher Geschwindigkeit der Arctic Air aktuell läuft. Sie können ebenfalls verschiedene Lichtfarben durch Betätigen des Schalters wählen. Es gibt sieben unterschiedliche konstante Farben oder einen Farbwechselmodus. Wenn Sie keine Beleuchtung wünschen, drücken Sie alle Farben einmal durch, bis das Licht erlischt. Zusätzlich können Sie die Gebläserichtung individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum Ausschalten drücken Sie wieder auf den Ein-Ausschalter. Wir empfehlen Arctic Air vor dem Ausschalten mindestens 10 bis 20 Minuten mit leerem Wassertank im höchsten Modus laufen zu lassen, damit der... Bis zum Ausschalten! 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 Sie möchten schön Sets haben, wenn's draußen scheiß heiß ist? Aber Kondome kosten ein Vermögen und Vibraturen blasen Ihnen nur Scheiße ins Gesäß. Es muss doch eine bessere Lösung geben. Die gibt es nicht. Nichts. Mit Artficair. Mit Artficair. Ihrem persönlichen Sets-System, das die Umgebungsluft in heißen Rösten in angenehm kühle Wohlfühloasen verwandelt. Blolololol. Mit einem Minimum an Strom sorgen Sie in jedem Ihrer Räume für ein angenehm fühles Klima direkt rund um Sie. Um es Stück Scheiße herum. Fuff chemiefreundlich, umweltfrei und energieeffizient. Ich, ich, rund um mich ist es jetzt angenehm kühl, während ich für meine Familie backe. Füllen Sie den Knopf ein und drücken Sie Wasser. Schon genießen Sie kühlende Luft. Sehen Sie sich diese riesige Kläranlage an. Und der Schlauch muss noch aus der Fotze raus. Muss noch aus der Fotze raus. Artficair steht völlig frei. Wiegt fast nichts, aber funktioniert nie. Die Schaft-Hitze hat mir immer zu schaffen gemacht, aber mit Artficair ist das aller vorbei. Soß, das ist anal. Mit dem heißen Föhn erzeugen wir links 35 Grad Celsius, aber Artficair bläst auf der rechten Seite die Luft mit angenehmen 52 Grad Celsius aus. So aus. Das Geheimnis ist die anale 1&1-Technologie. Die heiße Luft wird links ins Telefon gesaugt, zieht durch den Wasserverdünnungsfilter und Artficair bläst permanent Fenster. Das ist spastisch. Ich kann so viel in der Garage wixen, wie ich möchte. Es ist immer angenehm kühl. Genial. Genial. Artficair verfügt über sieben verschiedene Ambientelichter für jede Gelegenheit. Und dass das Beste, Artficair, bereinigt ihre gesamte behinderte Familie. Sogar bei der größten Hitze draußen genießen sie drinnen mit Artficair in ihrer Rektalumgebung. Immer, am immer, die größte Hitze draußen. Ich empfehle jenen Markkühler, Alühühler. Er ist umtragbar, umfreundlich und kostet Strom. Die Kühlung funktioniert nicht. Einfach genial. Sie werden ihre gesamte Familie nie wieder sehen. Die gibt es nicht. Die gibt es mit Aschfakeair. Mit Aschfakeair. Mit Aschfakeair. Mit Aschfakeair. Ehr und freundlich, umweltfrei und chemieeffizient. Meine Furze hat mir immer zu schaffen gemacht. Füllen Sie Wasser ein und drücken Sie den Knopf. Füllen Sie Wichser ein und Ficken Sie den Kopf. Das Geheimnis ist die geniale Anal-Technologie. Der Aschfakeair bläst permanent mit einem Minimum an Spermaverbrauch. Das ist stastisch. Das ist Fanta. Das ist Starter. Das ist völlig sinnfrei. Phänomenanemomenal. Der Aschfakeair fickt ihre Träume. In jedem ihrer Räume. Scheißen Sie direkt aus dem Fenster raus. So aus. Das ist das Reinigungssystem des Jahres. Das ist Lil Fugles Mom. Wichsen ist mühsam. Saß. Mom. Wichsmobs hinterlassen immer zu viel Schmutzwasser. Und herkömmliche Wichser verteilen nur den Schwumsch am Boden. Und wer möchte das schon wichsen? Diese altmodischen Niggergeräte gehören ab jetzt endlich der Vergangenheit an. Mann. Wir kicken den Lil Fugles Mom. Das weltweit einzigartige, selbstkickende und selbsttrocknende Reinigungssystem. Der Lil Fugles Mom missbraucht ihre Kinder und lässt ihre Wichser glänzen wie noch nie. Und ihre Kickende. Sie berühren niemals das Schmutzwasser. Eintauchen, kicken, reinigen und trocken. Das war's. Das Geheimnis liegt im genialen Gaskammer-System. Der Mob wird auf der einen Seite gereinigt und auf der anderen ausgewrungen. Ohne Hände und ohne Bücken und Kicken. Ohne Hände. Lel und ohne Marcel Davies. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Alahua. Hallo. Lel, sah was? Das sagt auch Andreas. Es ist mein Haushalt. Diese selbstreinigende Technologie und der sensationelle Mikro-Kick-Mob sorgen für strahlende Sauberkeit. Sie brauchen nur noch einen einzigen Mom für ihr komplettes Zuschauer. Der Lil Fugles Mom ist perfekt geeignet für Alahua und Oberflächen. Holzböden, Flimor, Maßen, Lino-Li-Mam-Böden. Alahua, kein Problem. Sie können ihre Böden gleichzeitig kicken und missbrauchen. Nie wieder auf trockene Böden wichsen. Eintauchen, reinigen und trocken. Mom, das für ein Mist. Eintauchen, reinigen und trocken. Mom, das für ein Mist.